Hallo U52 Liebhaber, die U-Air wird im September 2012 30-jährig. Das grösste Geschenk wäre, möglichst viele U52 Modelle in Dübendorf zu haben. Ob flugtauglich oder nicht, registrieren sich jetzt hier oben. Gleichzeitig suchen wir die schönsten Bilder und Filme der letzten 30 Jahre der U-Air. U52 und U-Air Fans, helfen Sie mit, dass das 30-Jährige zu einem unvergesslichen Event wird.